Herzlich willkommen zu unserem kleinen Newslife-Sommerspecial. Gut drei Monate ist Newslife jetzt mittlerweile on-air und wir ziehen mal so eine kleine Bilanz und das tun wir natürlich mit den Leuten, die Newslife ausmachen. Und einer dieser Menschen, die Newslife ausmachen, ist jetzt bei mir, Julius Böhm. Grüß dich, Julius. Guten Morgen sagen wir heute nicht wahrscheinlich, sondern guten Tag. Wie auch immer, du kannst sagen, was du willst. Ich glaube, Albert Einstein hat immer nur guten Morgen gesagt, weil dann muss man sich nicht so an andere Tageszeiten gewöhnen und liegt im Grunde ja immer irgendwie, wie man möchte, auch im Soll. Aber kommen wir mal zu den wichtigen Punkten. Wenn ich mich richtig daran erinnere, irgendwann wurdest du ja auch angesprochen und es hieß, Julius Newslife, hast du mal Bock, da morgens mitzumachen? Und wenn ich mich richtig erinnere, warst du erst so ein bisschen zögerlich. Was war's? Kein Bock? Faulheit? Oder konntest du dir einfach gar nicht wirklich vorstellen, was wir hier genau machen wollen? Ich habe mir nur gedacht, mir wird ja häufig nachgesagt, ich würde nicht so deutlich aussprechen. Ich würde ab und zu mal nuscheln, Worte verschlucken, was die Zuschauer bisher hoffentlich nur selten oder gar nicht mitbekommen haben. Weswegen ich immer so ein bisschen am Zweifeln bin, wenn es dann so in diese Long-Talk-Formate reingeht, ob das die richtige Sache für mich ist. Aber nach den ersten drei Monaten und auch zahlreicher Rückmeldungen, Zuschriften, Direct Messages bei Instagram und Co. und E-Mails, ja, konnte man es offenbar aushalten. Und deswegen habe ich da am Anfang die falschen Zweifel gehabt und bin sehr zufrieden, dabei zu sein. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Du bist ja auf sämtlichen sozialen Medien sehr gut unterwegs. Du hast mittlerweile auch eine ziemlich große Fanbase oder Follower-Schaft, wie man so schön sagt, aufgebaut. Wie kommt es denn so bei denen an? Gibt es da ein geteiltes Echo oder gibt es da eine klare Tendenz und die sagen, Mensch, Julio, ist total cool, dass du auch bei News Live jetzt und so bist? Naja, erstmal gibt es im sozialen Medien da sehr viel Schwarz und Weiß. Es gibt die einen, die verfolgen das, die finden das klasse, die bedanken sich auch und sagen, ey, ich hätte gedacht, alle jungen Menschen im Land sind verrückt geworden, aber du gibst mir Hoffnung mit deinen Inhalten, dass es doch auch noch vernünftige Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren gibt. Und natürlich schauen die auch News Live, da gibt es viele Rückmeldungen. Ich teile ja auch teilweise dann Ausschnitte aus den Beiträgen hier, aus den Sendungen hier in den anderen Medien, bei TikTok, bei Instagram auf jeden Fall folgen, ganz wichtig. Insofern ist da das Feedback sehr positiv. Es gibt natürlich auch negatives Feedback, die uns sämtlichen Unsinn vorwerfen von Rechtspopulismus über Klimawandel, Leugnung, weiß der Teufel was. Alles, was hier alles noch nie passiert ist, weil das einfach nicht stimmt, weil ich zum Beispiel den Klimawandel für vollkommen existent halte, aber die Herangehensweise für falsch. Und ich denke auch nicht, dass das Benennen von messbaren und auch erlebbaren Fakten und Realitäten irgendwie politisch sein könnte, wenn gewisse politische Parteien einfach Themen nicht aussprechen können oder wollen, weil irgendwie das mit ihren Zielen oder vorangegangenen Aussagen divergiert. Aber andere Parteien es wiederum tun, dann kann man nicht uns anlasten, dass wir, weil wir Realitäten aussprechen, Probleme ansprechen, gerne auch laut und polemisch und deutlich, gar keine Frage, aber dann sind wir nicht daran schuld und irgendwie politisch gefärbt, wenn wir sagen, was ist. So sieht es aus. Ich habe ja auch mal einen interessanten Post bekommen, da hieß es, News Live ist die Karikatur von Journalismus und es wurde dabei gegendert. Ich antwortete dann daraufhin, ich finde, gendern ist die Karikatur von Sprache. So hat im Grunde jeder seine Meinung und die muss man im Grunde akzeptieren. Und was wir hier bei News Live machen, das ist, wir haben eine Meinung, ganz klar, aber wir trennen Meinung von Journalismus. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, das ist knallhart recherchierter Journalismus, das sind hier Fakten und das ist auch mal der Block, wo wir unsere Meinung haben. Ich glaube, das ist ja auch das Alleinstellungsmerkmal von News Live, dass wir eine recherchierte Nachricht, eine Nachricht auch von anderen Medien, die berichtet worden ist, eine Aussage von Politikern oder ein neues Papier, ein neuer Plan, neue Zahlen, neue Daten nehmen, sie erst mal vorstellen als die Nachricht, die sie ist. Und dann stehen hier zwei Experten und der Moderator, der auch Experte ist oder eben ein Gast und sprechen darüber, was das bedeuten könnte, was zuvor gesagt worden ist. Wir machen die Live-Einordnung, die Live-Teilweise auch Kommentierung und das gibt dann wiederum Menschen, die ja oft nach Vertrauenspunkten suchen, halt und irgendwie die Möglichkeit zu sagen, das ist die Nachricht. Und jemand, dem ich vertraue, der mich an verschiedenen Stellen nicht enttäuscht hat, wo ich gut fand, der das eingeordnet hat, ordnet es jetzt für mich ein. Und ich kann sozusagen mit der Nachricht als solche und einem ersten Gedankenanstoß in die Debatte am Stammtisch oder beim Fußballgucken am Abend gehen. Und das finde ich gut und das, glaube ich, auch Teil des Erfolgskonzeptes und zu dieser Aussage, wir seien hier die Karikatur von Journalismus. Das Schöne ist ja, kein Mensch muss hier morgens einschalten und niemand muss dafür bezahlen. Die Menschen machen das freiwillig, inzwischen am Tag um die 15.000 jeden Morgen live, in der Folge des Tages nochmal 130.000, 150.000, 180.000 hinterher und auf anderen Plattformen, die Zahlen, die weiß ich gar nicht. Ganz zu schweigen von anderen Plattformen wie Instagram, TikTok und so weiter. Deswegen, jeder kann einfach abschalten und sagen, interessiert mich nicht bei den Kollegen der öffentlich-rechtlichen Medien. Da müssen wir absolute Neutralität und perfekte Recherche einfach erwarten. Die dürfen nicht wie private Medien auch eine leichte Tendenz haben, das ist erlaubt. Aber wir müssen dafür halt einfach bezahlen und deswegen haben wir die hohe Erwartungshaltung. Und hier kann wie gesagt jeder, jeder ist herzlich eingeladen einzuschalten, weil wir haben ja auch große Freude jeden Morgen. Aber muss nicht. Wir haben ja jetzt, ich habe nicht genau gezählt, aber knapp unter 60 Sendungen. Beim großen Teil der Sendung warst du auch dabei. Das heißt, du hast natürlich irgendwo auch einen gewissen Erfahrungsschatz aus diesen Sendungen mitgenommen. Was ist dir denn so hängen geblieben? Was war so ein Highlight? Entweder weil es lustig war oder weil es emotional war oder aus irgendeinem anderen Grund. Ich glaube ein Highlight war auf jeden Fall, als wir hier die Zizoro-Recherche vorgestellt haben, exklusiv zur AKW-Recherche. Da war der Kollege Daniel Greber hier zu Gast und hat uns gezeigt, was sie recherchiert haben über Monate, wie sie hunderte Akten durchwälzt haben und gezeigt haben, dass das BMWK von Robert Habeck da bei der neutralen Bewertung, kann man die Atomkraftwerke für Strompreis und Sicherheit weiterlaufen lassen, einfach auf der politischen Ebene die entscheidenden Dinge unter den Tisch hat fallen lassen, um dann zum Ergebnis zu kommen, nee, ist weder sicher noch irgendwie sinnvoll. Da ist offenbar das Gegenteil der Fall und dann waren auch immer die Sendungen mit Waldemar Hartmann ganz spannend, einfach mal so ein Urgestein, jemand, der vieles von der Welt gesehen hat, was andere noch nicht gesehen haben, über Fußball reden können. Das war auch immer ganz spannend und nett und für mich hat große Freude gemacht. Definitiv. Schon mal auf der Straße angesprochen worden? Das klingt jetzt eitel und unangenehm und so, aber das passiert regelmäßig, aber auch schon vor News Live, weil mit den verschiedensten Sachen, die ich so bei Instagram, TikTok und inzwischen auch bei YouTube, ich kann nur jedem empfehlen zu folgen, Real Talk mit Julius Böhm, einmal die Woche erscheint das, mir viele Menschen folgen und wie gesagt, in den Nachrichten kommen Nachrichten von wegen Dankeschön und großartig, dass du das machst und mutig und ich fühle mich nicht alleine, aber ich werde auch ab und zu auf der Straße angesprochen, zum Fotos machen und dergleichen. Das ist inzwischen für mich ganz komischer, ungewohnter und auch unangenehmer Alltag geworden. Und es freut, also ich habe ja zwar diese Frage an dich gestellt, aber ich würde sie auch beantworten wollen. Ich wurde tatsächlich auch schon mehrfach von unerwarteter Stelle angesprochen beim Weinhändler. Übrigens, ich schaue jetzt auch, das kurioseste Erlebnis, was ich hatte, war mein Nachbar. Da kam ich tatsächlich, hatte glaube ich fünf, sechs, sieben Sendungen erst gemacht nach Hause und plötzlich ging der Sommer unten auf von der Tür. Also von der Haustür ganz unten und ich dachte, ist ja gar keiner da. Wer hat mir hier aufgemacht? Da kommt der Nachbar raus, gibt mir die Hand und sagt, Mensch Alex, ich gucke auch. Glückwunsch, ich schaue das gerne. Natürlich wird man irgendwann früher oder später auch negative Kritik auf der Straße kriegen. Das ist ganz normal. Damit müssen wir sicherlich auch umgehen lernen. Damit muss ich widersprechen. Bei mir auch noch nicht. Wir sind ja mit News eine Medienmarke, die laut und deutlich Probleme ansprechen will und auch ein gewisses Korrektiv zu einer Medienlandschaft darstellen möchte, die sich irgendwie in einer linkslastigen politischen Haltung und auch in einer Zielsetzung, die im Großen und Ganzen dem entspricht, was sich auch die Regierung zum Ziel gesetzt hat, in Themen festgesetzt hat. Und wir wollen da ein Gegengewicht darstellen auf journalistischem Handwerk, fußend. und provozieren damit auch ab und zu und stoßen auch vor den Kopf. Und da gibt es Menschen, die sind anderer Meinung und die interpretieren Daten anders und so weiter. Und da gibt es auch sehr, sehr viel heftigen Backlash, wie die Vorwürfe habe ich genannt. Wir seien Steigbügelhalter der AfD zum Beispiel. Oder wie gesagt Rechtspopulist und so weiter und so weiter. Das bekommt man aber spannenderweise nur in den digitalen Medien zu hören. Auf der Straße habe ich so ein Wort noch nie gehört. Klar in der Diskussion, wenn man da mal tiefer reinsteigt und so. Ich habe gehört, die hat geschrieben, dass ihr und so. Aber auf offener Straße sind die da, wo sozusagen die persönliche Höflichkeitsschwelle im Weg steht, jemanden zu beschimpfen und zu beleidigen und auch unflätig zu beleidigen. Wenn die im Weg steht, dann ist die Rückmeldung einfach meistens positiv. Oder in meinem Fall bisher immer positiv. Wir können Ihnen auf jeden Fall zwei Sachen versprechen. Wir werden weiterhin Wert auf Ihr Feedback legen, auf Ihre Meinung legen. Und wir werden weitermachen. Das war das kleine News Live Sommerspecial heute mit Julius Böhm. Schön, dass du da warst. Und bitte immer dran denken, der Tag beginnt mit News. Das war das kleine News Live Sommerspecial heute mit News Live Sommerspecial heute mit News Live Sommerspecial.